Eine aufrechte Haltung zu bewahren ist manchmal gar nicht so einfach. In diesem Video zeige ich euch ein paar typische Haltungsfehler im Alltag, die bestimmt jeder von uns schon mal gemacht hat. Ein ganz typischer Haltungsfehler entsteht beim Arbeiten am Computer. Viele kommen dabei dem Display viel zu nahe. Versuche aufrecht zu sitzen und mache zwischendurch immer wieder Pausen, um deinen Körper auszulockern. Auch das Liegen auf der Couch sieht manchmal so aus. Besser wäre es, nicht zu viele Kopfpolster zu verwenden, damit der Kopf nicht zu weit vorne ist. Etwas, das viele von uns viel zu oft machen. Das Handy spielen. Auch hier sollte man versuchen, nicht ständig nach unten zu schauen, sondern das Handy eher in Augenhöhe zu bringen. Dann das Autofahren. Stell dir deinen Sitz so ein, dass du aufrecht sitzen kannst und nicht zu stark vorne auf die Straße starrst. Und zu guter Letzt, viele sehen beim Gehen immer nur auf die Straße. Versuche auch dabei, nach vorne zu sehen und dich aufzurichten. Achte doch mal im Alltag auf diese Kleinigkeiten und tu deiner Wirbelsäule etwas Gutes. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Zusehen. 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 Zusehen.